Brrmm, Brrmmmm, Grrmm Из-Berv дв invalidation Ach, blocked, door? Wie Was für'ne, blocked, door? Ahhh Jetzt verstehe ich Da waren Holzdinger und deswegen haben wir die Tür nicht offen bekommen und deswegen können wir jetzt da durch Diese Tür war vorhin geblöpiert. Noch mehr Muni hier irgendwo? Jaaa. Also, ich muss da hinten durch. Oh. Ähm, da komme ich am besten hin, indem ich durchrenne. Ist tatsächlich so. Da hinten ist nämlich ein Wagen. Ich habe das schon mir mal angeschaut, weil... Ja. Hinten ist auf jeden Fall ein Wagen von uns. Ein richtig großer Wagen. Das Ding ist ganz schön widerspenstig hier. So. Nice. Nice. Äh, wir müssen durch... Hinten ist halt ein Wagen von uns. Ähm... Wir müssen durchrennen. Weil die Gegner hier sind echt so viele, die schafft man nicht. Das soll auch gar nicht schaffbar sein, glaube ich. Außerdem läuft ein Timer ab, der es unmöglich macht, durchzukommen. Überraschung. Am besten, ich könnte hier speichern, aber kann ich nicht. Der Checkpoint war nämlich davor, man kann auch nicht manuell speichern. Ja, ist halt so. Ähm... Markus, Jax, Gaunt, und Data. Everybody move to the APC, now! Let's go! 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 Wie ging das um? Ah, genau. Ähm... Das Loch hat mir den Weg versperrt, ey. Das geht ja mal gar nicht. Ich muss auch irgendwie an den dicken Boomern vorbei. Oh, der eine hat gereicht. Okay. Der hat einen nicht getroffen. So, das waren die beiden. Du nervst. Rennen kann man nicht. Ach, die Blockdoor, die habe ich noch gar nicht entblockt. Das ist echt geil. Das ist das Geile an der Waffe. Und... Geduckt. Und... Ja. So sieht es aus. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ah! Ich muss hier nur durch. Oh! So, ab hier habe ich mir das nicht mehr angeguckt. Hier ist es wieder hundertprozentig blind. Aber die Stelle war richtig knackig. Ich habe immer versucht, sie zu töten. Und es kamen immer mehr unendliche Wellen. Und dann kamen... Eine Zeit. 45 Sekunden musste ich da durchrennen. Das ging gar nicht. Also... Dann habe ich ihn ja... Nach diesen 45 Sekunden kam halt dieser Dicke hier und hat alles zerstört. Und du musst halt vor den 45 Sekunden im Auto sein. In diesem hier. Ja, dann haben wir ihn aufgehalten. Ja. Ja. Eine Brücke. Eine Brücke. Versperrt uns den Weg. Wir können nicht mit dem Auto weiter. Wo ist denn das? Ich gehe... Ah. Okay. Der NPC, der... Hier geht schon vor. Das ist gut. Danke. Ja. Wir bekommen Besuch. Nicht geil. Von allen Seiten, oder wie? Nee. Dom. Der wird immer als erstes erwischt, ey. Da versucht man jemandem zu helfen und verreckt dann dabei. Ach, er macht das von alleine. So. Diesmal lasse ich ihn verrecken, ey. Jetzt ist Cole dran. Wo ist er denn? Geh mal aus. Wo ist Cole? Da hängt er rum. Diesmal sieht es aber nicht so gefährlich aus wie... Oh, doch. Nee. Oh, sind das viele. Ich bin dann noch nicht mehr. Ich bin ja hier. Ich blieb mich wieder hier. hinterm Auto versteckt sich einer hast du das? Nein, natürlich nicht. Hier hinten muss noch einer sich verstecken dich kill ich persönlich oder auch nicht, ok ich muss die Kraft in diesem Sektor reparieren ich sehe die Elektrische Linien nach deinem Ort folgen die Wasserfront nach Nassau Memorial Park und versuchen zu reparieren das Dom, du bist mit mir da, Cole du zwei schiefst die A.B.C. das ist verrückt da muss eine andere Art da 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 mein Team mein Telefon mein Telefon ich bin bereit zu gehen bis die Kraft zurück in der Linie was 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 war 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 war